Hallöchen, liebe Nagelfreunde, ich wollte euch heute mal einen Reality-Check von Nägeln zeigen, denn Nägel sehen nicht immer gut aus und auf Instagram hier sieht immer alles so perfekt aus und ich wollte euch einfach mal zeigen, dass nicht immer alles so perfekt läuft. Zum Beispiel meine Nägel aktuell haben ziemlich viele Liftings, dünne Seiten, eingerissene Seiten, von daher meinen Daumen brauchen wir gar nicht reden, die zeige ich euch gleich. Ich habe das Ganze mit dem Dual-System gearbeitet, habe euch da auch kein Video hochgeladen, weil ich überhaupt nicht zufrieden mit den Nägeln war. Ich finde, beim Dual-System drückt man sich immer, immer, immer Sachen in die Ränder und man kriegt das auch oft gar nicht so richtig raus. Man kann es zwar rausfräsen, aber ich mag das System einfach im Allgemeinen nicht, die Seiten werden auch extrem dünn. Meine Nägel habe ich leider so ein bisschen geknibbelt, weil ich gerade ja einen neuen Job angefangen habe und dann habe ich manchmal so Phasen, wo ich an meinen Daumen knibbel, das heißt, die sehen dementsprechend richtig schlimm aus. Hier zum Beispiel kann man sehen, ist die Seite sehr dünn, hier ist schon was weggebrochen, weil die Seite zu dünn war, auf der anderen Seite auch. Ich finde, man hat trotz, dass man alles aus dem Rand holt, immer wieder diese kleinen Seitenliftings und hier ist auch ziemlich viel weggebrochen. Also ihr seht, die hatten jetzt auch nicht zu wenig Aufbau oder Apex oder ähnliches, aber ich finde mit dem Dual-System, wenn man da mit Acryl gearbeitet, ich bekomme es persönlich einfach nicht so gut hin. Die sind wirklich nicht so gut geworden. Ich war kein bisschen zufrieden damit, hatte jetzt in den letzten Wochen aber auch gar keine Zeit, die neu zu machen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie sowas auch aussehen kann. Denn es wird ja immer alles so suggeriert, dass alles so toll wäre und alles so perfekt wäre. Nein, ist es auf keinen Fall. Wie gesagt, ich habe diese Nägel auch gemacht, war super unzufrieden damit, spiegelt auch nicht meine Arbeit wieder. Also ich kann wirklich viel, viel besser arbeiten. Und ja, aber ich verschweige euch sowas nicht. Ich zeige euch sowas, dass das ganz normal ist, dass es auch Nägel gibt, die nicht so gut werden. Deswegen verzweifelt nicht daran. Beim nächsten Mal wird es besser fleißig üben und lernen. Und nicht jedes System ist auch für jeden etwas. Zum Beispiel ich mag das Dual-System eigentlich überhaupt nicht.